Der Sturm wütet und der Kampf endet niemals. Ihr wurdet gerufen. Entzündet die Flammen für meine Geschwister und hofft, dass der Zwist zwischen ihnen endlich endet. Entzündet die Altäre und beschützt sie. Die Ergebenen wehren sich der Transzendenz. Die Ergebenen haben eine Flamme entgegen. Die Besessenen hüten eine Flamme. Die Ergebenen nehmen einen Tal ein. Die Besessenen beherrschen einen Altar. Die Besessenen reißen eine Flamme. Die Ergebenen haben eine neue Flamme erlangt. Die Ergebenen haben eine neue Flamme erlangt. Die Besessenen haben die totale Kontrolle. Nur noch 30 Sekunden bis zur Verschiebung der Altäre. Die Besessenen haben mehr Gunst erlangt. Die Besessenen kontrollieren alles. 10 Sekunden bis zur Verschiebung der Altäre. Die Ergebenen kontrollieren eine der Flammen. Die Altäre spüren Funken. Ich führe euch. Wenn wir uns blockieren, dann werde ich da bisschen Corps fahren. Oh mein Gott. Die Besessenen kontrollieren alles. Die Ergebenen entfachen eine Flamme. Die Besessenen entzünden eine Flamme. Die Ergebenen entzünden einen Altar. Die Ergebenen kontrollieren eine der Flamme. Die Ergebenen entzünden eine Flamme. Die Besessenen haben eine Flamme entzündet. Die Ergebenen nehmen einen Altar ein. Die Besessenen haben einen Altar eingenommen. Die Ergebenen haben eine Flamme entzündet. Die Ergebenen sind noch nicht nuraconter. Die fylogisch werden noch eine Flamme. Die Ergebenen können eine Flamme entzündet. Die Ergebenen haben eine neue Flamme erlangt. Die Zeit vergeht. Die Altäre verschieben sich in 30 Sekunden. Die Ergebenen nehmen einen Altar ein. Eine Flamme für die Besessenen. Die Ergebenen entfachen eine Flamme. Die Altäre wollen eingenommen werden. Die Ergebenen sind auf halbem Weg zum Sieg. Die Besessenen beherrschen einen Altar. Die Ergebenen sind auch auf der Seite. Wut werden nichtocke. Die Ergebenen sind auf der Seite. Die Ergebenen sind nicht zu können. Die Ergebenen sind nicht die Erームung. Die Besessenen werden die Ergebenen bald übertrumpfen. Die Ergebenen haben eine Flamme entzündet. Die Besessenen entzünden eine Flamme. Die Ergebenen entzünden einen Altar. Die Altäre wechseln in 30 Sekunden. Die Besessenen haben die totale Kontrolle. Der Sturm verdunkelt die Sonne. Die Besessenen gewinnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017